Es war einmal ein Haus, da drinnen wohnen zwei Kinder und ein Jäger. Der Jäger geht jagen. Die zwei Kinder spielen draußen. Oh nein, das Kind hat ein Ausknacken gehört. Ah, da ist ein Wolf und ein Hund. Keine Angst, wir tun euch nichts. Okay, kommt mit rein, schnell, da hinten ist was. Hallo, ich will euch fressen. Nächster Morgen, der Jäger kommt nach Hause und die Kinder spielen draußen. Ah, ein Wolf und ein Hund, Kinder, geht da weg, die sind gefährlich. Nein, Papa, die sind gut, die spielen mit uns. Okay, ich leg mich eine Stunde hin. Eine Stunde später. Komm Kinder, wir picknicken, es gibt's Törtchen. Oh, lecker Törtchen. Jäger, Jäger, der böse Wolf kommt, ah, da ist der ja schon. Stopp, nicht näher, komm, grrr. Und der Wolf ging weg. Danke, du hast uns gerettet. Jetzt leben die zusammen und haben viel Spaß. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Jetzt nehmen's eine Stunde. Okay. Ja, ich bin das Video. Untertitelung des ZDF, 2020